hallo meine freunde willkommen zu einem kleinen guide es geht um die flammenkernerze alias flametau ihr wollt die haben ohne da jedes mal habe zu verbrennen wird dauernd von gegnern bombardiert und wisst nicht wie sie und könnt euch da nicht gescheit wehren die plattformen sinken ab es gibt aber jetzt ja mittlerweile wird neu ist der patch die plattformen sinken nicht so schnell und das teil auch nicht es gibt aber eine möglichkeit wie man das noch abbauen kann nämlich mit die katapulte die sind relativ witzig ihr müsstet ihr müsst das katapult nehmen und in die richtige richtung ausrichten zuerst braucht sie mal das wird ihr kriegt hier die zahnräder die cockwheel da unten braucht ihr am flammtal und eischwut die zahnräder bekommt bekommt ihr in die burgen und diese festungen flammtal braucht sie natürlich hier schon bekommt sie auch in die burgen in die kisten oder wir behaupten eines schon abbauen mit die basaltbomben eischwut ist überall hier so dann hakt ihr euch vorne ein zieht das katapult in die richtung wie ihr wollt also auf den dinge müsst ihr ein bisschen mit der entfernung dann spielen ihr könnt es hier ein bisschen mit der entfernung so machen wir mal so irgendwann kriegt man dann die richtige entfernung raus ich muss selber herumprobieren immer so dann lässt sich das katapult hier und fährt die beine aus dann können sie hier theoretisch einfach dies mit der sechs müsst ihr diese explosiven payloads nehmen ich werde sich dann auf deutschland kurz stellen und balance hier dagegen und es zerfällt ihr müsst nur einmal das richtig erwischen es ist manchmal ein bisschen schwierig es ist eine tricky aktion wenn man das mal heraus hat kann man natürlich ist ja nicht gut damit es gibt videos ja genauso da stehen fünf solche kanonen und ballern auf das zeug der vorteil dran ist wenn sie jetzt wenn jetzt gegner kommen können sie euch wehren jetzt nicht die gefahr dass das wasser falls oder sonst was wie das aus der auslöser ausschaut ich glaube es sinkt trotzdem und ihr braucht ein paar schüsse dafür die schüsse sind aber nicht zu teuer die kriegt sie relativ gut mit fünf kugeln natürlich jetzt ja dann könnt ihr einfach mal das weg ballern ich baller jetzt mal einige kugeln hier rein ich habe 15 mit das reicht für mich jetzt ja ihr habt auf jeden fall hier ihr räumt sich das gelände stets frei und könnte hier dann in ruhe ballern dieses reine theorie war ding was da gab dass hier fünf stehen das geht deswegen nicht ihr bräuchte geht schon aber schwer ihr bräuchte jetzt 50 von dem neuen metall dazu und ihr seid so schwer schon beim herkommen dass sie keine ärzte mitnehmen können die ärzte was hier abfallen schwimmen sie gehen nicht unter die schwimmen und ihr könnt sie dann mit dem basalt aus der lava fischen gehen aber sie werden nicht aufgehoben durch die plattformen sondern sie bleiben am boden zu verschießen auch die drei wurden verschossen ihr könnt natürlich das jederzeit um positionieren das einzige problem was ihr habt ihr könnt das teil nicht mehr mitnehmen ihr müsst es dann kaputt schlagen und kaputt schießen mit einer axt oder sonstwas mit der mit der axt kaputt schlagen mit oder einfach nur kaputt schießen es ist leider so ihr kriegt sie sonst ihr könnt es nicht mehr abreißen mit hammer und einpacken das geht nicht das ist einer der nachteile von dem ganzen hier wenn sie es nicht gerade anzündet so wie ich dann kann sie eventuell sogar dahin gehen dann wenn das zerfällt muss ich aber dazu sagen kommen keine machen aus okay also das bringt nichts doch damit ist es eine macht es ist machbar sagen wir so also dann können sie die basalt kugeln hier nehmen könnt ihr euch einfach zu den euren ärzen hinbauen braucht sich darauf so lange warten darauf ihr könnt sie dann einfach einsammeln wenn sie ja die richtige höhe habt dann könnt ihr einfach hingehen und sie einsammeln es ist jetzt hier ein loch ist das jetzt blöd aber ihr schießt euch dann einfach nur mehr mit die basalt kugeln hin damit die kugeln ich bin natürlich gerade viel zu schwer es schießt euch einfach mit die basalt kugeln hin und sammelt eure erze ein der vorteil an dem ganzen ist einfach ihr steht nicht in der lava während dem abbau und hier jetzt hat er auch noch nicht begonnen zum versinken also das ist jetzt fangt an eine möglichkeit wie sie mit wie sie die abbauen können ohne dort hin zu müssen hier können der vorteil ist sie könnte sich hier herstellen das wegballern und einfach mitnehmen bis zu 34 sind schon rauskommen mal wie ich das probiert habe sie müsste selbst entscheiden ob sie die bomben die bomben bauen sich aus das zeige ich euch noch geschwind so die bomben baut ihr an der normalen werkbank die nennen sich katapult ladungen ihr seht sie das kriegt sie von den in den eischleinen ziemlich viel wenn sie schon länger gefarmt habt habt viel davon wissen nicht mehr was mit der haut machen soll dann wäre das natürlich eine möglichkeit diese bomben zu bauen und mit denen hier anderen mit dem katapult herum zu ballern ihr könnt auch die ursprüngliche idee dafür nehmen und die dinge einreißen die festungen aber es geht auch mit die ärze in kurzform dazu der vorteil ist ihr steht nicht auf einer plattform die absinkt weil glaubt ich bin mehrmals in die lava gestorben die leiche holen alleine ist eine katastrophe ihr steht so nicht können sich absaufen der turm ist nicht gesunken der wird aber sinken sei gleich das war nur ein zufall glaube ich ihr könnt die gegner rund um abwehren besser könnt alle richtigen schießen und einfach mit dem katapult weiter ballern und dann auf die plattformen hin wenn der turm gesunken ist hin und einfach das alles einsammeln das erz schwimmt auf der nachteil ihr könnt es nicht wie in anderen videos zeigt wenn es fünf katapulte hinstellen weil wenn sie 50 von dem eisen rumschleppt seid ihr schon so dermaßen voll probiert einfach mal aus ich habe hier leider zu viel damit aber probiert einfach mal aus das hier zum beispiel hat 360 ihr bräuchte fast ein komplettes inventar nur für das eisen das geht nicht also eins mitnehmen der nachteil der katapult ist dann kaputt vielleicht habt ihr zwei in der nähe von diese türme das wäre natürlich besser von die erztürme der nachteil halt ist es kaputt dann ihr braucht zehn von die bahn aber ihr kriegt zu seinem ganzen wenn ein ganzer so schießbar wäre es hat jemand probiert 34 ungefähr raus 35 ihr kriegt mehr raus als mit der axt jetzt aber mit dem jetzigen patch der heute erschienen ist ist es auch so dass man auch so lange dort abhacken kann aber ihr habt halt die gefahr dass ihr abstürzt und in lava landet und euch gegen gegnern nicht gut verteidigen könnt weil es ihr nicht weg kommt und immer gleichzeitig noch acht und achten müssen darauf dass sie nicht dass die plattform unter euch nicht verschwinden also es ist ein witziger ding ihr könnt es mal ausprobieren schreibt zwar drunter ob sie es probiert habt ob ob das welt ist ob das scheiße ist das wäre cool feedback würde mich freuen bis dann leute ich wünsche ihnen noch einen schönen tag und aber ein comment nicht vergessen bis dann leute adios